Wusstest du eigentlich, dass George Lucas Yoda einen Vornamen geben wollte? In der Konzeptionsphase von Episode 5 gab es Überlegungen von George Lucas und seinem Kreativteam, wie man im Endeffekt Yoda nennen sollte. Eine Idee war, dass der Charakter zwei Namen hat und zwar Minch Yoda, heißt der Charakter war lange Zeit auch in der Konzeptionsphase als Minch Yoda bekannt. Im Endeffekt entschloss sich George Lucas aber doch dafür, den Charakter einfach nur Yoda zu nennen und das Minch somit wegzustreichen. Wie findest du den Namen Minch Yoda? Ich persönlich finde den ein bisschen weird, aber okay. Wenn dir Konzern zu Star Wars gefällt, kannst du mir ja gerne folgen.